Hast du mehr Licht hier oder nicht? Das ist gut. Ja. Es ist gut, du hast mehr Licht. Ich sagte dir, dass etwas sehr spezielles in Monte Carlo ist... Du gehst aber nicht näher, oder? Nein. Und du kannst ja mal ein bisschen scharf, scharf, unscharf machen. Rutsch noch ein Stück zurück. Ich glaube, so war es noch besser. So, was ist speziell in Monte Carlo ist, dass du auf der Straße gehen kannst und du wirst sehen, dass Frauen, die Jewellery tragen. Ich sage dir, dass sie nicht laufen. Genau, ich sage Bescheid. Alles klar, und die Kamera. So, wir sprechen über das. So, Frauen, die Jewellery tragen. Und du wirst hier sehen, dass alle Jewellen, die man meistens sieht, nur in den Shoppen, in den Vitrinen. Die sind nicht in den Vitrinen. Frauen tragen sie. So, du wirst sehen, wie ein 40-karat-diamond. Do you know, wie groß ist ein 40-karat-diamond? No, ich bin nicht sicher. Es ist eine halbe Mandarine, eine halbe Tangerine. Huge. Du wirst sehen, dass Frauen, die sie. Du wirst sehen, wie 20-kameras. Das ist großartig. Es kostet... Ich darf nicht sagen, die Preis. So, hier, das ist etwas, was du nicht sehen. Also, das ist unglaublich, in Monaco. Du gehst auf den Platz des Casinos, oder auf den Jimmys, und wirst du auf die Fahrzeuge. So, wir sprechen über die Twins. What about them? Okay. Die Twins werden, mein Gott, werden eine wunderschöne Lebens. Du kannst du imagine. Plus, ich mache Astrologie. So, ich schaue die Chart. Ja, ich mache die Chart. Ja, ich mache die Chart. Und sie haben eine sehr, sehr gute Chart. Sie werden die große, große, große Leute, und sehr froh und sehr froh und sehr froh. Sie haben wirklich etwas, was sehr, sehr in der Chart. Die einzige, die für sie ein Problem ist, ist die Antwort. Sie sehen, wie sie nicht mag die Antwort. Sie werden sehr, sehr independenten. Sie werden sehr, sehr sympathisch, und alle werden sie lieben. Ich denke, wir haben es geschafft. Genau. Die Frage willst du noch einmal stellen? Ich könnte natürlich noch mal eine Frage stellen. Was habe ich denn sonst... About the kids? Let's talk. Ja. Warte, ich sage mal. So, eine Frage. Ja, ich werde dich fragen. Rowling? Rowling. Okay. So, was do the people in Monaco sagen? What do you expect from Charlene and Albert? What do you think? I expect them to be just a regular couple in their life. Come out, show themselves, show their happiness. Okay. They want to see the kids. And one other question, maybe. Yeah, we can ask. Let me check. It's in here. We talk about the specialty about Monaco, about what's so special. The cars. I can speak about the cars. Okay, and we can talk about the secret of Monaco. What are so special, if you think about Monaco? When you say Monaco, the felt thing comes to you is princess. Prince and princess. That's the felt. It's very strange, because this... I think we got it. We got it. Okay. You got it. Okay. Yeah, that's right.